Hey YouTube! Ja, nach meinem Intro und nach meiner Ankündigung, dass ich wieder ein Unboxing mache, kommt jetzt hier auch ein Unboxing. Und zwar habe ich mir hier eine Tasche geholt für mein Handy. Und die kann man eigentlich nicht direkt unboxen, aber ich wollte es euch mal zeigen, dass ich da mein Handy reinkriege. Und die hat auch hier so eine schöne, ich packe die jetzt doch mal von dieser Packung weg, also mache ich jetzt doch mal ein Unboxing. Ja, die hat dann hier so ein Teil, wo man es durch einen Gürtel durchmachen kann. Also mein Handy passt rein. So, weg damit. Mein Handy passt rein. Ihr kennt ja mein Handy, aber die ist eigentlich nicht für dieses Handy, sondern das war jetzt ein blödes Unboxing. Ein langweiliges Unboxing, das wäre jetzt dann schon vorbei. Deswegen gehört zu diesem Teil hier, von diesem Unboxing natürlich auch noch ein neues Handy dazu. Hier habe ich schon mal mein Unboxing Messer. Und viele würden jetzt sagen hier, ey, der hat sich ein iPhone 4 gekauft. Äh, nein, iPhone 4s. Natürlich habe ich mir ein iPhone 4s gekauft und zwar an dem Tag, an dem das neue iPhone vorgestellt wird. Warum habe ich das gemacht? Weil die ganzen Bilder, die man im Internet sieht, wenn das iPhone, das neue iPhone, sage ich jetzt mal, so aussehen wird, gefällt. Gefällt es mir nicht und ich wollte die ganze Zeit schon das iPhone 4s und deswegen habe ich es mir jetzt dann doch gekauft, bevor es dann wirklich auch wie das iPhone 4 nur eine 8 GB Variante gibt. Ich habe mir jetzt nämlich hier alles, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ich denke mal schon als 32 GB Variante geholt in weiß. Und ja, viele haben schon Unboxings gemacht von iPhone 4s, deswegen denkt ihr jetzt bestimmt auch so, hey, warum macht der jetzt auch noch ein Unboxing und so? Ja, einfach, weil ich es kann. Und weil ich das mit allen Sachen, die ich mir hole, irgendwie in letzter Zeit gemacht habe, deswegen mache ich es auch mit dem iPhone 4s. Hier sieht man auch noch mal iPhone 4s. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich denke mal schon, oder? Ja, so ein bisschen, ne? Spiegeln ein bisschen. Aber, ja, ich bin voll ungeduldig. Ich muss es jetzt echt mal auspacken, unboxen quasi. Ich schneide es jetzt hier auf. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Mit der Kamera, wie die Kamera aufgestellt ist. Ich schneide das hier jetzt am Rand. Schneide ich jetzt hier einfach mal die Folie auf. So, Messer kommt weg. Folie kommt ab. Oh, yeah. Mein iPhone 4s in weiß mit 32 GB. Ich freue mir, ich freue mir. So, ich hoffe, man ist da. Ich habe es im Bild. Ja, viele wissen ja schon, was drin ist. Ich weiß auch schon, was drin ist. Aber trotzdem wollte ich dieses Unboxing machen. Hier ist mein iPhone 4s in weiß. Wow. Mein iPhone 4s in weiß. Hey, voll geil. Ist das geil. Ist das episch. Ist das nicht geil. Na, ich wollte kein iPhone 5 oder beziehungsweise kein neues iPhone. Ich wollte das iPhone 4s und auch in weiß. So, ja, weil weiß einfach geil ist. So, das legen wir auf die Seite. Ich hoffe, man hat es noch ein Bild. So, ja, man hat es noch ein Bild. So, dann kennen ja alle dieses Teil hier, das man hier hochheben kann. Wo dann alle möglichen, ich muss es glaube ich nicht aufmachen, da sind alle möglichen Anleitungen drin. Ich habe jetzt auch keinen Bug, das aufzumachen. Und hier haben wir die ganz normalen Standardsachen, was dabei sind. Der Ladestecker, Adapter, Gedöns hier mit Folie noch außenrum. Sehr stylisch. Also nicht so wie der vom iPad, so richtig würfelartig, sondern einfach nur so flach und ein bisschen stylisch hier so. So. Was haben wir noch? Die Standard Kopfhörer, die ein bisschen doof sind. Ich habe die anderen vom iPod schon mal ausgetestet. Die sind wirklich klanglich echt bescheiden. Aber die haben hier eine Fernbedienung dabei. Juhu. Vielleicht werde ich die doch mal kurz verwenden oder so. Und natürlich ein Kabel. Jetzt habe ich drei davon. iPad, iPod und iPhone. Baue ich eigentlich nicht. Ich habe ja das vom iPad hier hinten hängen. Das ist ja eigentlich dasselbe. Deswegen, naja. Das war das Unboxing. Das war die Box hier. Das ist ja alles in der Box drin. Ihr kennt es ja schon. Das war das Unboxing von der Box. Das iPhone ist ja... Ups. Doch, das passt. Das stimmt so. Ja. Das iPhone in weiß mit 32 GB steht ja nicht mehr hinten dran. Aber dafür ist natürlich die Tasche gewesen hier. Dafür für das iPhone ist diese Tasche. Weil da passt das auch schön rein. Wenn ich dann die Folie mal weggemacht habe, würde das wahrscheinlich noch besser reinpassen. Und ganz wichtig, was ich frei haben wollte, oben den Kopfhöreranschluss in der Tasche hier. Genau. Genau. So. Ja, deswegen. Dafür ist die Tasche. Das war mein Unboxing. Ich kann es jetzt auch mal kurz mal anmachen. Zum Unboxing. Das iPhone 4S. Und man sieht mich auch noch mal ein Bild. Ja, mit meinem iPhone 4S. Ich finde es einfach geil. Ich habe endlich mein iPhone 4S. Ich bin endlich iPhone-Besitzer. Obwohl ich nichts gegen mein Android-Handy habe. Aber iPhone ist einfach... Ja. Muss man nicht viel dazu sagen. Das sage ich einfach mal mit diesem Bild hier, mit diesem Abschlussbild von dem Apple-Logo. Sage jetzt einfach mal danke fürs Zuschauen bei diesem Unboxing. Ich werde das noch weiterlaufen lassen oder neu anstarten hier für die Einrichtung vom iPhone. Und das war es von mir. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und I love to entertain you. Danny Marco Entertainment. Und so weiter und keine Ahnung. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.